so ist glaube ich okay ja nicht was ist nur so ab und muss noch schön schön erst abend was willst du was ist nur nur ach so was ist ein look da wird mein um mir abzufangen dass er das spiel nicht hat ja ja ich verstehe das ja das hat weh das tut auch mir immer weh wenn ich weiß was ist ja weißt du das ist dein vorteil du kannst gehen ich muss ich muss ich muss weitermachen mit dem aber immer noch nur eine schwierige stufe ich fühle das spiel immer noch sehr laut ja auf jeden fall wenn man rauskommt ist aber wieder komplett stehen die will aber beileid haben ich weiß nicht was die voll fiest ist immerhin gemacht werden ja wo das liegt du legst es auch mal drauf an das ist ja das stimmt du legst du legst es mal drauf an und sagst du weißt du das ist als würdest du jetzt so einer katze sagen hier weißt du du schmierst dich jetzt mit katzenfutter ein und sagst du der katze ist für dich damit nicht mit beißen oder so was ist das ist das was ein besorgnet für das man machen muss gar nicht wahr geil kann aus der stück wird es auch und wer da sechsen was wirklich so es wird wieder verwirrt ja irgendwie die andere karte ja wir haben ja neue sachen reingepackt damit sich nicht so einnötig einführt dass er wieder reinkommt genau wasser wasser immer noch nicht das ist ja viel großer raum jetzt wasser was jetzt hat nehmen wir noch kommt es habe ich mir komplett hier noch du weißt du weißt du weißt du bist du es ist ja noch mal zwei jetzt mal jetzt was das war schon die erste vorschriften schlechte Waffe für die schlechte Waffe haben will dann das spiel ich zu gehen mit schlampflüssig dass ich alles klar ich gehe zurück für Spaß er will ich zurück er war dann Rift oder wie auch immer das hier hieß A wir sind zurückkommen Prozent hinter dem Spiel versteckt hieß das versteckt natürlich aber versteckte Raum was haben wir denn okay darum geht noch was ist umstände so funktioniert für dann feiern damals hat er so das mein gift alles geschafft so 50 prozent bewegungsgeschwindigkeit und 25 schaden wenn das schild 0 ist hoffe ich nicht dass das eintritt aber wenn es nicht wenn es nicht ja das wenn das ist natürlich nicht aber du hast mich immer dieses mien was ist dieser komisch was ich was das für dich ist das was er macht du bist du bist du bist du das schon im raum 3 aber das ist ein anzeige fehler bei den augen studieren so ich glaube den anfang war das okay also ich fand also ich bin das war eine waffe die ich besser fand das einige okay hier ist auch noch mal versteckt worden oder ich kann dir auf jeden fall sonst die anbieten weil ich habe ich die knochen drachen du bist auch echt mies aber nicht vorher und ich weiß genau was passiert wenn ich darauf betrete uns wenn wir treten einfach betrete nichts werden wieso ich war fertig hier und ich bin fertig aber heiß Eis cook easy durch also ich bin fertig hier ich bin fertig mit dir ich bin ein blitz fan das habe ich gekriegt wenn du fein selbst ein schon ja geil ich fühle mich selber schaden und immer wenn ich blitz schaden mache werde ich krasser ja wenn ich habe egal wie lange es her ist egal ist wie einsteuer remem Matthias sowas alles in e und alles mögliche und er und schilf das meine granaten so noch mehr nachladen wenn wir ihn in diese weise absolut keine gegnerin easy gf sie hier ich werde vorliegen ich bin auch durchgelaufen das mich auch geschuft gar nicht da ist ja dann durch rocher und betroffene feind explodiert nach dem tod und die Zierlösung der GF-Klick wenn man es kommt die Ecke ECO es nicht so weit wird und auf dem Weg zu Level 4 der Zettel der Anzeige einfach ein bisschen kompensierter gemacht. Das ist doch nett. Ach so. Oh ja. Da war ja die Explosionsfliecher. Oh, hier ist der Händler. Ja, aber hier ist der Gegner. Ja, ich wollte nur wissen, sei der Händler. Ich kenn deinen. Oh, hier ist ein Händler. Warte mal kurz. Ah! Nein! Nein! Böse! Fui, Teufel! Easy peasy. Komm, man, man. Komm, man, man. So fahren, der Händler, wo fährst du denn? Auf jeden Fall nicht immer geiles. Prisma, seh ich mich nicht. Ich find meine Waffen schon gut. Deswegen, ich seh mich da nicht. Ich komm mal, ich seh. Da, ich seh mich da nicht. Dann, wenn doch ein Gegner, dann mit기는 einkaufen. Da, die dich? Nein, 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 nein. Nein! Hat da und so beklebt. Der ist so ein Glücks, so ein Glückskiste. Mit Leben oder dem Bild. Ich sehe mich bei mir, ja. Schild. hier ist nichts erholt mir nichts von da ist der upgrade shippie und das ende des raumes so easy game das dauern geht aber scheiße wie du da machst du es wenn ich hatte die leute die architektur gefällt mir sehr gut aber versteckst du dich so welcher leben hat durch nur an es ist eine gegner eine engel sauber zwei habe ich so so wenn er gibt es jeder halte doch genau er gibt es auch mal ganz brauchst du engel Zauber 2 Prozent oder so diese und ich hab die an Waffen habe ich die hier Kavallerie und die großen BIPO 2 was sei denn jetzt auch noch mal normale Munizur aus und schuldet sich bei der MP jetzt ist es um da nämlich und im Start aber das wird zwar für das Jahr bisher Röntgen Achtung so eine nächste raum was er sich nicht abgesehen ich hoffe ich auch für vier gehauen als er wieder zurück wo sind wir jetzt vor Ort mehr oder er darf nur zwei Level vor uns ein Auer naja der pferdekopf da war ja was wie sie so der raum ist auf weiter mit karl rieb heute mal hier durch ich komme hier ist der raum hier alle werden zu kiefern achso ok, finde ich ganz easy I mean die sie das war voll crazy das Gefühl weißt du bist grounded wo du halt geschrumpft bist bei den Säcken und danach war ich rasen wie voll komisch das ist einfach so komisches Gefühl nächste Debord ist echt nicht geschrumpft in diesem Anblick und ich dachte aber ich dachte auch wäre mega geil wenn du solche events später hast der Rasen wird gesprenkelt oder so oder einer von den Eltern oder so mir gerade den Rasen oder so ja schon fies ja das ist ja wie solche events dass es dich dann irgendwie verstecken muss oder sonst so wird oder wie die Hauskatze oder so kommt vorbei irgendwie sowas also das Ding hat auf jeden Fall richtig viel Polizia das finde ich echt geil aber klasse diese Rauke ne ja I understand du nicht und da kommt 20 und da kommt 20 und da kommt 20 so du nicht aua ich bin fast aua komm ich da nicht weg Sven ist tot in 3 2 1 also sterb ich nicht ich glaub schon ich stehe mal hier hoch halb die gute Aussicht nice bei der Kopf ist nur und aua 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 er ist ein paar Hände Besonderer das nächste das ist ein ganzes wenn man bloß es vergisst die Besichtheit oben aufsorten alle da ist es frei Christoph 2 ich bin mir wenn es ein wenn wir das auch die Bedeutung das ist auch zufällig an mal ist man aber gleich würde so gut Prozent so gut wie nächster raum vorletzten müssen doch nicht das wird ein bisschen komisch an was das für den Kursus wenn so ja wo dich wenn du gestanden hast sagt er das so für ich würde mich hier nicht wünschte gern so verbessern nämlich nämlich okay doch wieder das war verbessert stufe 3 stufe 2 stufe 2 und stufe vier als wachentechnisch geht es mir nicht wie geht es dir nicht so gut davon bewacht mehr von den waffen selber her genau was zu sagen besser gestuft hat sich jetzt kommt programma wenn man die überwischt bestellt und ich war in einem anderen raum wotter tanken drauf der die 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 schöne auf kopf führen schön auf kopf was er vergiftung und verlangsamt ihn die kleine gedulde oben so wo kommen sie weg von links und rechts Die Waffe ist halt sehr gut, wenn man sowas spielt wie den. So. Wie kann ich dich verfehlen? Du bist 200 Meter groß. Kommst du dir, Sven? Boah. Vergiftet? Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Kriegen wir. Hat ja nicht mehr so viel, Dulli. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Der kann nix. Jetzt redet er zu dir, weil er Angst vor hat. Guck mal, wie groß die Angst ist, der Lutscher. Der kann ja nix. Das war nachladen. Oh Gott, nachladen. So, guck mal, wie er da oben abhaut. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Kann ja nix sehen. So, Zweitwaffe. Bam. Aua. Nein. Nicht mit mir, Bam. Ich bin nicht, Bam. Oh Gott. So, Sven. Jetzt bin ich wieder da. Okay, Sven ist nicht. Ich kann euch nicht holen. Sven, was soll denn da? Ja, du. Soll ich mich wieder beleben oder kannst du mich brennen? Äh, komm, warte erstmal kurz noch Waffe. Warte auf die letzte Sekunde und dann. Toll, ist toll. Okay. Alles klar. Du musst machen. Du musst machen. Du kriegst ihn. Boah. Überrennt er mich einfach. Boah. Den will ich eh sehen. Der kann ja nix. Der Lucha. Der Lucha. Du. Oh, Mann. Boah. Sven. Ey, was hat... Oh, mein Gott. Was kommt denn hier schon wieder an? Das kann nicht sein. So, ihr noch. Hanfkos also jetzt, ne? Alter, das hat häufig abgesehen. Ich schrieg auf. Ey, ich bin für das zum Beispiel gerade gar nicht gegen den, weil ich ja... ...volle beschäftigt bin, die kleinen Minions-Face machen. Vor allem, weil die immer wiederkommen. Jetzt ist ja jetzt... Ja, okay. Er war zwei Minuten noch. Auf mich. Jetzt ist ja zwei Sekunden, war auf mich. Von links, Sven. Wo? Armin, fass. Wee! Keine Chance. Deine ist kacke. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Oh, Gott. Ne. Nein, 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 nein. Okay. Du hast geopfert. Ja, das wollte ich auch vor auch mal kurz. Oh, mein Gott. Ja, du hast hier. Oh, geil. Aber so knapp, schätze ich, ohne wiederbleben zu machen können. Man, nee. So, Ying Yang ist cool. Schade für jeden, dass gerade nicht aufhelfen können. das war gestanden muni ist voll eine gute waffe so viel ist das aber du bist jetzt zufrieden mit einem so dass er die Kinder das ist wenn die Verhältnisse und das wird die wir folgten das ist für die der Wurst und sie fühlen Ich auch noch nicht. Weißt du wie es bei dir ist? Ich auch nicht. Achso. Ich hasse diesen Sniper, man. Das ist Sven, man. Sven. Sven tut die App. Ja, Sven. Toll. Das wird schneller run. Wir sollten jetzt wachen. Wenn du wieder allein gelassen bist von deinen Mates. Ja du, der war einfach stärker als dich. Ja. Ich krieg ihn noch. Den krieg ich noch. Jawohl. Moment. Oh nö, ey. Ich hab nicht mal ein einfaches Spiel, was deinem Niveau widerspiegelt hier. Roblox oder so. Grounded? Oh mein Gott. Wie viele? Natürlich kommt sowas jetzt auch ran. Geh weg. Ich schaffst du Janik. Schaffst du go go power Janik. Jetzt kommt von allen Seiten irgendwas. Oh maaaann. Ich glaub an dich. Das hat mir das nicht gerechnet. Nicht snipen. Go go power Janik. Ja, vor allem die ganze Runde jetzt. Das macht gar keinen Sinn. Gut, dass du nicht swimst, wenn du das wärst. Das wär einfach das ganze Zeit meine Sicht. Das ist deswegen, was du? Oh maaaann. Ja, keine Schnelle. Alleine keine Schnelle. Keine Schnelle. Wenn Sven nicht mehr wählen, Lotte. Was werden wir machen? Wir haben mal einen Run gemacht hier. Sven will nicht mehr. Sven denkt sich so. Dobe spielen. Bisschen, wie ich so schlecht finde. Oh man ey. Hast du gesagt? Hab ich nie gesagt. Hast du wohl gesagt? Hab ich nie nie gesagt. Jau. Alles ist ja noch eine Runde und du wirst wechseln. Eine Runde kann ich nochmal versuchen, oder? Eine Runde noch. Jau. Okay, eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Ein Witz ist wieder gut machen. Hast ja auch noch... Eure kriegen bei mir wieder irgendwelche Sachen unter die... Idee über die man jetzt sprechen sollte. those the game? Wir haben da gelegen. Das G. Jetzt gelegen. Was hat denn? Was sollte? Hat das gen bekommen? Regenbogen, Kavalerie und Gift-Aura. Ich war auch nicht nur Kackwaffen. Regenbogen, Kavalerie und Bicklebo. Nein, dann nehme ich Bicklebo. Aber die haben uns da raus in der Waffe geändert. Ist blau. Vorher war es ja nicht blau. Ne, vorher war die einfach.. ...bräulich-gräulich-gräulich-gräulich. Ja, ist drauf. so wie sie der specht wird sprechen kreischer den gut nein konnte ich auch sammeln ja dann warten und macht das macht die gt fertig das ist nur die wir zu machen wenn er es ist das hier ist neuner umgekehrt nachladen ja ich bin auch geladen sonst geladen nächster tag wird richtig kräftigkeit ein punkt so total ist geschafft dass wir versuchten und macht das versteckt sich auf jeden fall hier in den dingen mit den Städten das ist was wir mit dem Käfer oder wie alle Gegner der Eugenia als man gegen das Bild die Verlöger war das Spiel bis zur Schau die Betriebs da das wird abgültig das wurde wie die letzten Länge er hat man zu spüren sich verliebt nur die ab war an einer Reihe stellen das ist super liebte Regenbogen. Die Waffen sehen alle irgendwie anders aus. Die haben einfach die Skins der Waffen geändert. Kann gut sein. Das sind nicht die Skins, sondern das aussehen allgemein, ja. Finde ich schlecht. Nö. Sehen finde ich auch hübsch aus. Ohne seine 120 Euro rauszugeben, finde ich alles geht. So einfach kann es gehen. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Ja, Anti-Party-Mensch. Wurzel und Leipzig. Na, die gibt's hier nicht. Es gibt Ferienhaus. Du hast festgestellt, du bist hier über 40. Du bist hier gar nicht mehr angekommen. Du specht. Du. 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 Ich kann sogar ein bisschen. Was bringt in dem Spiel dann? Wir sollen ihn nur draufballern und hoffen. Piu, 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 Piu. Wir sollen ihn nur probieren. Jörg, Piu, 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 Piu. Ja, ganz schön. Oh, geil Waffe. Ich weiß wie alles. Ich muss ich nicht. Dem geile Knochenbrecher eingesammelt. Ich hab ja kein Waffe, die ich da abrufen möchte. Ja, es gibt keiner Waffe, die ich da abrufen möchte. So, verstecki. Warte, 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 warte. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wie viele Käfer hat er hier wieder? weil immer noch können was macht was das heißt wort die okay das soll das erneut Sven, mach mal. Sven, mach mal. Da ist ein Rammkäfer. Mach den Abschaum weg. Damit wir uns auf den Käfer konzentrieren können. Okay, okay, okay. Wo ist der? Okay, weit weg. Oh, hinter dir. Ich logge sie weg von dir. Mach den Rest, Sven. Oh mein Gott. Dabei sind hier ein Elite-Gegner. Alter. Der kommt mal angebürst. Oh, der kommt mal angebürst. Oh, der kommt mal angebürst. Oh mein Gott. Ich glaub, das hört ja auf, wenn der Gegner ist. Aua. Was soll denn das? Wie? Du verwirrst, ich egal. Nee. Ich hab einen Effekt gemacht, das darfst du gar nicht. Das ist verboten. Alter doch, wer Gegner? Ja, aber gerade klappt's gut. Ist nicht so stark, ist nicht so stark. Bis ich keine Munition mehr hab. Ja, dann machen wir Nahkampf. Nee, Munition hast ja immer. Wir haben ja noch eine dritte Waffe. Ja, aber... Ja, ich hab den hier rein. Wie soll der Taktik? Zwei... Ich bitte die. Ja, ich... Ich bitte die. Oh! Der kann ja nix. Oh mein Gott. Das war nicht gemeint, das war nicht gemeint. Das war nicht gemeint. War nicht gemeint. Und dafür gibt sie, und dafür gibt sie schon Tiger-Kanone, Mama. Ah! war dort bei mir gab es die specht nicht mit dem was ist weil ich habe aber gefeucht zwei spechte er hat hier können uns okay muss er treffen die stufe stufe 2 gewusst die kohle kiste weiß davon dürfen wir behalten bei nachtern okay er sagt mir abtömer vorwiegern ist mit rückkauf ja ich nehme das koppelte die bostadero die kanälesen das gefühl wenn man ließen muss mega scheiß stunden her die verfolgen ich hab nix am Upgrade, deswegen nehmen wir die Tigerte nun, bevor der Geld nachher weg ist. Ich hab nicht genug Geld. Ok. Schnauze. Immer wieder Pleite. La 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 la. Also mir Kippen muss auf jeden Fall gehen die kleinen Käfer ganz nützlich. Ja. Achso. War schon. Ach, wird schwach. Die Tigerte nun ist auf jeden Fall auch irgendwas. Ja. Guck dir das an, wie die Beschmeißfliegen. Oh oh. Guck guck. Hallo. 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 Oh Gott. Oh Gott. Du losst jetzt nicht mehr. Ok. Jetzt haben wir alles. Wir haben zwei Kisten. Noch ein Händler. mit dir so kann es nicht nein auch liegen gar nicht mit dem so um zufälligen Waffe oder Schriftflöte für die Schriftflöte mich auch anwesende hier so auch im kino zu ich weiß nicht was teurer ist normalerweise, wo man sparen kann verdammt ich gehe schon mal ins Versteck ok oh feuer ich hab dir eine BKP unterlassen, falls du alle fährst dann war das, oh Gott das ist kacke, oh mein Gott, heiß ja so ähm, letztes Gerät Waffenanker für töten so vornomale Gegner, die über weniger sind oh nice das ist geil also sobald der Boss 8% vom Leben hat nur noch hat, ne? muss ich nur einmal treffen, dann ist es so down also wir sparen uns 8% durch mein neues Item das ist auch geil das ist auch nice also die 8% können eigentliches ausmachen die Fall du specht du so voll da waren sie nur noch 2 römer hallo hallo der hat uns nicht mehr erkannt, Sven Sven, dein Lieblingsraum ach nöö Vom Gefühl her gehst du aber ein bisschen schneller down. Ja, ja. Wie gesagt, vom Gefühl her. Das kommt aber jetzt wieder krasse Waffe. Aber auch bei normalen Gegnern, sobald ich es 15% haben, sind es auch gut bei mir. Bei Boss 8%, bei dem sind es 15. Bei mir ist das Kreischer. Das Kreischer aber auch cool. Willst du sie haben? Nee. Stufe 2. Achso, der Feind explodiert, nachdem er besiegt wurde. Hab ich schon gerade gefragt, warum er explodiert ist. Bleib mir auf einer Stelle, das wäre mega lieb. Das wäre mega lieb, Leute. Mega lieb ist das. Alter, das ist mega gerade. Da war noch einer. Was machen die da oben? So. Bei mir liegt auch eine August, Stufe 2. Ja, die habe ich auch gerade. Ah, ok. Da ist noch ein Leben. Hab ich ab, full life. Na, gucken wir mal, was da noch passiert drin ist. Versteck. Achso. Im Versteck ist dieses Käfer Geduld. Versteck. Was da was verstecken kann. Da oben. Mein Name. filmst. Das Problem ist. Geld ein kann. Jetzt kommt es rein. Er ist schon durch. Ja, ich bin es auf. Ich bin es auf. Es ist ihr nicht auf. der letztes Gefecht Prozent bis so wenn es was müssen Dorn das ist was ich weiß mehr Prozent der Kasse Beuer wenn ich das so was ich glaube ich ist die Welt in den Fußsträmen auch gerade nicht mehr bespielen ich bin doch bald doch schön für die Herstellung nämlich das nehmen was sie jetzt über Bosse was wird die Heizung nicht größer auch der Verzehrer in sich genommen unterhaltig jeder passt dass ich mal in der Person das wird nur sind so gut das ist das ist noch mal schon dadurch die Munition noch ein rei das heißt es wird es ist richtig der wieser die 4 Treffen muss auch gelern sein Bisschen nicht ausreichen was soll das oh Gott, ich treff den nicht alter was soll das scheiß so treffe ich ihn auch Was hat die Waffe gewechselt? Aber bisher geht es noch, finde ich. Das geht. Oh, come on, dass ich da daneben schieße. Oh, Gott. Scheiben wir sowas, wenn du regelst schon, ne? Ja. Das zählt. Frech. Und dann wieder zählt hier, oder? Das ist Mobbing. Was für das, was er macht? Ja, kannst du. Nice. Gutes Timing, finde ich mir mal. Das ist ein Netter. Oh, Gott. Oh, Gott. Bum, in den Rücken. Oh, Mama. Oh, Gott. Das ist alles nicht gut, Sven. Das kann überhaupt nicht gut. Oh, Gott. Okay. Gerade ist kurzes Ruhe. Oh, Gott. Oh, Gott. Gift, Sven. Gift. Gift ist nicht gut. The toad. Machst du das, Venni? Nein! Doch! Alles klar, 3, 2, 1, wiederbleiben! Alter! Alter! Ich bin gerade wieder da, was ist das? Uli! Boah! Victory! Ja! Wie der so knapp davor weiss, wie der so knapp davor im Sturm. Sternverzerrer, was das? Wenn ich aufhebe, wieder ein bisschen Heilung. Ja, das ist aber fies, ist aber fies. Ist aber fies. 3, das ist meine. Ich glaube, ich habe alles. Ja. Ich habe ja drin, das... Ich habe erstmal 3 liegen gelassen. Holzmorzhald. Doch habe ich liegen gelassen! ja aber was überlegen ob es mit dem aber auch nicht ich hab's überlegen du bist ja ja das ist doch schön das ist ein Level weniger Sven, das ist sogar ein Level weniger und jetzt bist du auch nur einmal gestorben, was ist im Endeffekt so siehst du, der ist weg denn da ist noch einer, den machen wir auch weg rauf weg, süße weg damit weg mit dem den mögen wir nicht ist fies aber die fliegen immer noch zu kalt da hinten sind noch welche ich komm schon Echsen wieder hier nice aufgerollt, oder? ja, raumgekehrt hier war doch ihr links im Versteck, wollen wir es mitten, oder? ja, würd ich sagen, wir müssen uns ja so mit wie es geht verbessern oder nicht ja, aber ich weiß nicht, wie viel es die versteckt war mal wohnen. Ich fahre schon wieder so aus, als wir Elite-mäßig sind. Okay, ich weiß aber, warum ich die Waffe nicht so mache. So, weg mit euch. Pass auf, Sniper? Ja, ich glaube... Elite-Ex, wusste ich doch. Alter So, 1-Snipe ist weg Alter, mein Schild ist weg Ah, er kennt die CD-T-Gänger, ne? Okay, klar finde ich das. Ich bin vergeistert, wo ist denn die einfacher? Wir haben ihn noch nicht mehr seit Fehl drunter gehauen, das hätte er belastet So, komm der noch, nice Tiger-Kanone 3, was erwähnt denn jetzt? Ah, was 3, was erwähnt denn? Puh Okay, ich hab keine Muni mehr Geiler Händler, wenn du so wenigstens schaden lässt Okay, die haben Schock, das ist das Beste Das andere kommt zu spät Der andere wäre am Anfang mehr gewesen Ja Schade Ich hab die Sprecher Was sagst du nur so? Ja, ich hab ja eine Art, was die macht irgendwie Schockschaden Und die andere hat hier Glücksschuss und Feuerstrahlen Na siehst du Ich hab die Ich hab die Gegend Gelb Gelb liegt die Gelb Blau Grüße Ich bin rausgegangen Ich bin auf dem Areal Ach so Ja Das Ziel ist diese Runde jetzt Du brauchst wenigstens zu sehen, die zwei Du steckst jetzt hier ganz schön hoch, weißt du was? Ich sag jetzt wenigstens sehen Ich sag ja nicht macht Okay, das ist ein Verbesserungshändler Hier ist eine zweite Waffe mit der ich zufrieden wäre, wäre dafür schon cool Böser Rund Das ist ein bisschen teuer geworden, der Snob Bist du, ne? Ich hab eine neue Waffe bekommen, nice Schimmern Ja, Schimmern, genau Eine von den neuen Waffen Oh Okay, das ist quasi Prisma Glaube ich, nur mit Feuer So wirkt das zumindest Best Equipment Was ist das? Na, gucken wir mal, oder? Ja Aua Oh Quack Schwierig ist Zeitpunkt Ja, aber es ist quasi Prisma Nur mit Feuer So einmal kurz Co Bleib nach einem Treffer im Fall und explodiert nach einiger Zeit Okay, ist geil als schönes Prisma Ah, geil Also Brand und Explosionsschaden Lass die Meter Hast du die auch mitgenommen oder hast du die nicht? Ne, ich hab die nicht mitgenommen Oh, es ist wirklich die beste Waffe in das Spiel im Krieg gewesen Hehehe Ich hab gerade andere Waffe, gerade zwei gefühlt Hagrid? Äh, es ist Hagrid Und zwar die Argos Stedidas Swinny Arsch Ah, 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 ich brenn Der sagt mal Feuer Heiß Feuer Heiß? Ja, das wird gespielt, dann nehm ich die nicht mehr Wann macht ihr, wann seid ihr denn solche Leute, ey? Ohhhh Bede Jagd Und noch mehr? Wir sind wenigstens One-Shot Mehr oder weniger So, total geöffnet Boah Und das ist Schluss wieder für mein anderes Ding Immerhin So, ich will ein bisschen gucken Ja, nehmt mit Elektro-Produkte Oh, es ist okay Oh, es ist okay Oh, es ist okay Das ist auch gut Das ist auch gut Wie du lebst noch? Frichtachs Hey Das ist auch nicht wahr, ey Ja Der ist unsicher Thanos 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 Das ist unsicher Jetzt bin ich am struggling Na da, da muss ich jetzt Jetzt bin ich nur weil das nicht Was? Jetzt bin ich nur weil das nicht meine Waffe verbessern muss Weil es richtig zu wenig Schaden an Zu wenig Sven, so wenig gibts gar nicht Okay, hier ist Big Hero Punkt 4 Wo hast du mich fallen lassen? Ne, ich habe noch nichts gemacht Alter, wie ist das denn? Da war ein Lindboom, den hast du letztes Mal Hast du dich beschwert, dass du ihn nicht gesehen hast Weiß ich noch gar nicht genau Ja, das stimmt Bitte sterben, denkeschön Ich sehe von 0,2,6 und die jetzt Vierte Monsterwelle Vierte Monsterwelle Oh Gott Wir sind vorhin ganz feuer, wir wollen das Spiel noch schwerer machen Wir sind wohl nur am Sniper-Dully Ja, hier vorne Ich habe das Versteck nicht gefunden Ich habe einfach irgendwas getroffen Weil ich nur schieße Lüg nicht, lüg nicht rupf mir Oh mein Gott Voll heiß Noch eine Monsterwelle, ach come on Sven, womit haben wir das verdient? Noch ein Lindwurm Oh mein Gott Oh mein Gott Uh Sven, da stimmen Leute rum Football spielen die Die spielen Football mit uns Oh 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 mein Gott, sind die Gegner stressig Alter, das mit diesem Monsterwelle regnet mich gerade auf Der ist die letzte Oh oh Pass auf Pass auf Alter Ich hoffe Ich hoffe es Ich habe es Ich hoffe es wird Die Munition Tarno Stufe 4, okay, komm Tiger Kanone, vier Kandavla Bei mir liegt die Tiger Kanone jetzt da und die Feuersniper So was sie davon was haben willst du sein stress feuer schaden plus 40 ja nehme ich jetzt mit versteck habe ich gehört ich habe es kaputt nachher so ein monster werden scheiße kommen wir jetzt vom vorletzten letzter rum vor dem boss schauen wir jetzt letzter um verboten ich brauche ich mal wieder einen händler oder einen verbesserer im spiel des nächsten levels vom boss oh 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 mein Gott oh oh mein Gott so da war Level 1 von Level 4 oder 3 da oben ist nennen siehst du? ja erstmal Raum clear und danach da kannst du annehmen aber das ist halt nur der fahrende händler ne hier liegt ein Tarnas an Schuze okay noch einen nice oh nein nicht nur oh Gott weg mit dir haben wir es? wir haben es nicht wir haben es nicht so dass der hat Tarnas hat schon besser als der hier es ist äh 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 na sicher nicht und der rasende high 4 ganz zufrieden mit dem händler weißt du? möchtest du wirklich? machst du? dann stecke ich dir das sonst wo hin ich hatte gehofft dass der wie bei die waffen hat die ich habe nur halt besser weißt du was hast du denn stufe 4? äh ne eine waffe äh stufe 3 und die andere ist stufe 4 welche wollen wir zu haben in stufe 4? Ago stufe 4 komisch ich habe hier Ago stufe 4 für 0 hm echt nicht also eh schon aber 0 ist schon teuer ne weiß nicht ob du 0 Euro weg bist das wie die Katze ja ja ist klar hier hoffentlich ist es recht ich habe null Euro ausgegeben ja ja hoffentlich war es das wert vielen Dank so ich bin sonst schrappel ich auch alles klar next radi vermutlich der letzte Raum vor dem Bus oh nein Schatz ja einen habe ich schon weg gemacht von denen das war der zweite von denen das war der zweite von denen da ist auch einer das treffte ich doch geht doch wenn es so kleine Rohrkler sind das hat für mich immer das zeichnet okay ich bin gleich gut stimmt da hinten oh oh Sven t... Rampo football aua nicht von hinten von hinten macht man nicht nur auf Randfrage ja das ist das denn aber wenn es weiter mein Gott bis zufrieden, gerade zufrieden. Raum geklärt! Raum geklärt! Da kommt noch ein Raum. Oh mein Gott! Ja, hier ist auch noch einer. Ich weiß nicht, wo lang es wird. Nur dahinten. Da wo der Punkt ist. Okay, jetzt kommt danach der letzte Raum. Ich dachte schon, boah, geile Geschäft. Ich habe 1070 und du? Ah, geil? Ja. 906. Was auch so viel. Warte, ich sage mir noch mal ein bisschen. Die Katze schlägt bei mir durch die Prie. Ach, Sven, weißt du, welcher Raum jetzt kommt? Nee, ich habe. An dem wir letztes Mal gescheitert sind. Ach nee. Nee. Ja, doch. Svenny! Atelier Geld. Die zwei Münzen nehme ich noch mit. Ich habe jetzt 960. Hat sie noch gelohnt. 1079. Nur das trotz der teuren Argus. Was? So, Sven. Dann versuchen wir mal alles hier. Ja, ich folge dir. Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe fast schon direkt auf zeitliche Gesetze. Wow! Okay. Farben ist schon geschafft. Nehmen wir hin. Jetzt kommt eine hässliche Exa... Oh mein Gott! Ich bin tot. Kann ich nicht so wie er benehmen, oder? Eigentlich schon! Wenn du dich weißt, geht das? Da war nämlich einer von den Kack-Snipern ist hinten. Danke schön. Bitte? Ich will mich ja dunken, aber ich bin eine Katze. Ich bin eklig. Das sind die kein Gegner. Das heißt, wir nicht? Aber nee, wir haben Kampfmusiker, also. Ja, da ganz hinten ist mein. Da ist ein Knochen-Snipern. Der hat mich krass weggemacht, also. Krampus vor dir? Jetzt noch ein Lebensding. Weißt du, gerade eben, hat es 20 Stück von dir? Wo ist denn der da oben? Das ist down. Da ist ein Verbesserungs-Händler. Den kann man nur ein bisschen auch gleich benutzen. Ja. Aber jetzt kommen noch ein paar Snipern hinten rechts. Da sind sie schon. Hauptgleich. So. Was denn alles mitweist ist? Okay, noch in Rambo. Hm. Kambo muss sein ja auch gleich da aus sein. So viel ist passiert wie bei Ihnen. Hey. Hier bleib. Sven. What? Weg da Sven. Rambo down. Der ist auch down. Hinten sind jetzt noch Sniper-Dullis. Raum geschafft. Raum geschafft. Alter, erst noch mal besser. Oh. Mein Gott. Hast du auch Leben? Ne, ne? Äh, 79 habe ich noch. Ich meine diese Händler. Ob ich für mich lebe. Achso. Kameradierstufe 4. Habe ich hier liegen. Also meine Avis ist als Stufe 5. Ja, ich habe meine Schimmern auf Stufe 5 gepackt. Feuern explodieren kann nicht hoch genug sein. Das stimmt. Ehm. Schade durch Roca-Nam plus 300% Schade durch Roca-Nam plus 300%. Ja, was denn hier gibt es bei mir? Da nehme ich auf da nicht mit. Das wäre, wa? Ja, wa? Oh. Ja, geil. Ja, geil. Ziel aber viel für recht. Na ja, jetzt kommt so ein Drache oder so. Was und wo? nämlich nochmal erhöhen könnte ich mein handschuh den ich aber eh nicht verwenden werde gleich von daher alles andere investieren okay ich kann nichts verbessern schade ich will auch nichts mehr verbessern ich habe alles mir ist gut granate und so leben alles gekauft krass bringen wir uns nicht ich hätte noch mal ich hätte mein zweitwaffe verbessern können auch auf du fünf ich wollte aber nicht hg guckte das war ein schön schön weiß schön dafür schwarze ich habe noch von auf dem herz der wach ist fertig der wach ist fertig die einstellung zu händen das wenn man wir machen die überstrahl ja aber ich bin überstrahl selber weißt du ich bin dann selber für oh mein gott ich bin rein gerade die überstrahl brudi muss nicht sein bisher ist er easy ich habe es gesagt ich bin jetzt guck nicht so guck nicht so damit wir jetzt sein oh mein gott wo kommt er jetzt random gegner random gegner hat uns wenn kommt das alles gut okay gegner gegner geklingelt oh mein gott er hat seinen schwanz rausgeholt jetzt wird es eklig du bist nicht mehr jugend frei hier ach aber die haben es verwässert hier oh mein gott oh mein gott da habe ich ich oh gott oh mein gott ich bin tot wie du bist tot ich bin fast ich bin so gut wie tot 20 habe ich noch ich bin so gut oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter meine ganze deckung ist weg also mein ganzer schild ich bin doch gar nicht das auf 10% ja der war gerade komplett weg mein schild also ich habe darauf kommt das alles gut Svenny was denn da glaub an dich wo kann ich denn hier noch hin aber an sich ist es einfacher als der andere geil aber der war echt einfacher nur wieder umgegangen zwei sekunden lang chance von 50 prozent auf glücksschluss nachverwenden vom sprit ist okay gerechtigkeit ich kann mir den kleinen drachen schießen alles klar Thanos wer oh guck dir mal an ich habe die kleine äxte die lebt äh alter wie die leben die denn nach muss verschießen nach plan haben wir aufs maul aber wie sweet also ein granatwerfer ich bin jetzt voll auf feuer ja alles klar Thanos wer ja schwer easy ich bin gerade noch was ja ja gerade noch guten tag guten tag bist du wirklich auf Twitch? ja hi lol ok habe ich gar nicht mitbekommen lol gönnt euch ja Siggi heute testring gemacht grounded durchgespielt und jetzt eben noch mal ein bisschen äh ganz feuer aber es ist unsere finale runde also wenn wir jetzt sterben schwimmen wir da anders also eigentlich kein schlechtes Timing also so weit waren wir noch nie ja jetzt sind wir im asia setting mega nice voll geil mit unserer Eidechse mit unserer Eidechse damit wir es gehen abzu bei dir ähm also ich habe mir wieder kommt ich habe mir wieder kommt über das blade runtergeladen ich bin fast tot ähm hab mir hab mir vorhin noch das update von warframe wieder geholt weil gerade wieder sehr viel im Twitch Prime ist ähm ich siege da sehr feuer ähm walds cut S mit meinem Schatz zum Jahrestag und äh hab ihr einen Heiratsvertrag gemacht Glückwunsch er hat gesagt keinen Heiratsvertrag gemacht Glückwunsch muss er jetzt nach dem nächsten Satz sagen achso was hast du gesagt damit? ha 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 natürlich ja also ok Glückwunsch ha 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 ja dank dir danke danke den wollten's werden nur von Fettnäpfchen retten im Zweifelsfall ha 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 ah ja gut das ist natürlich sehr nice ja nice halt das ist doch ein Megatag ey heute ist Megatag ne da hab ich mich eben hab ich gedacht weißt du erster Tag auf Twitch von Alqadari wieder da muss man einfach mit verbinden zum Beispiel ein Heiratsvertrag Richtig. Aber nice. Das ist ein Spiel. Das ist ganz einfach. Du brauchst einfach Fingernäcker. Umformen? Sven? Ich fand die Waffe umformen. Äh, Leute. Ich mach das mal. Ach was, Yannick und Sven kann es spielen? Das ist Gunfire Reborn. Auch ein Spiel, was uns wahrscheinlich gerne sehr gut gefallen könnte. Shooter Roguelike. Mit Boston. Shooter Roguelike mit Boston. Aber mehr PvE. Komplett PvE. So Dopp schon beziehen die Borderlands. Aber halt eher so... Nimm Borderlands und pack es in Diablo rein. Die Eidechse ist voll schwach eigentlich. Ich benutze gar nicht. Eidechse was? Was Eidechse? Die Eidechse. Die ist mega schlecht. Sven... Kannst ja nicht machen. Argus Bastion. Ja, bei Reborn kostet es nur 10 Euro. Alter, aber... Okay, Schaden. Hör auf! Yannick, Hilfe! Der schießt mit Blasen. Der Bits. Der hat den sehr schönsten. Also ich muss sagen, für 10 Euro das Spiel auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, bin ich aus der Meinung. Das stimmt. Es liegt hier irgendwie Kuchen rum. Bei mir liegen jetzt zwei. Oh, hier. Geil. Nice. Aufzug aktivieren. Ja, ich aktiviere mal. Bitte Sven. Dankeschön. Hab gern getan. Ah! Ich pische wieder auf die Tode. Was hast du mir da geklickt? Oh, die muss ich sofort erklicken. Die letzten hab ich vergessen. Die letzten hab ich ganz vergessen. Da kommt ein Oktopus, Sven. Äh... O... Ich krieg dauerhaft Schaden. Gefühlt. Was sind das hier, ey? Die Perks sind davon mega stark. Alter. Was ist denn Sven? Irrbaus. Was ist denn? Kappa greift an! Kappa hat angegriffen! Kappa persönlich war's! Kappa? Kappa hat hier angegriffen! Oh mein Gott! Ne, Jo... Hab's gewollt. Ne, Jo... Ok, Sven. Wenn ich sterbe, ne? Sterbe ich? Ich auch. Viel Spaß mit Holger, wollte ich sagen. Viel Spaß mit dem Illy-Billy. Oh, der kann springen! Sven ist Illy-Billy. Ach, Sven. Illy-Billy ist ja. Illy-Billy ist Sven. Was bist du denn? Hahaha! Ich hab Sven in Whatsapp als Sven eingespeichert. Sven ist der Kiel in meinem Arm. Geil. Samurai-Agrif! Die wollen mich schnäpseln! Die wollen mich schnäpseln! Katzenfischkrieger greifen mich an! Ich wusste, mein schlimmster Altrum wird wahr. So, dass sich Katzenfischkrieger mit Paraketen... Oh! Aptopos! Oh mein Gott! Ach ja, schon gesagt, oder? Spiegel-Gunde, mein Spiegel-Katzen. Und ab Stufe 40 kann man einen Hund freischhalten. Oder Stufe 30. Ab Stufe 30 ist ein Hund geil! Ja, 33 oder so. Aber Katzen sind immer noch cooler als Hunde. Ne. Äh... Ne. Wunde Metern aber! Die je bespielen! Aja! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! 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 Ich bin tot! Ich bin tot! Immerhin! GG, Sven! GG! GG! Und fast 200 Punkte, die wir jetzt reinflattern können. Nice! Oh, geil! Geil! Also das nächste Mal spiel ich mit! Hahaha! Nice! Aber ich hätte mich schon beschlossen! Boah! Geil, geil! Buh! Geier! Ja, die Demo ist mir egal. Das sind alles Volldeppen auf dieser Scheiß-Demo. Ja! Das ist ja auch mal das was ich rufen muss. Ich habe einen Moment an. Ich habe einen Moment an. Nein! So habe ich hier noch mal für 3. Warte mal der wird. Der wird. Der wird. Der wird. Oh! Ich habe auch 5 Punkte. Ich habe noch 30 über. Und ich kann es nicht verwenden. Das ist belastend! Na ja! 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 Okay! Munition. Nein! Okay! Ja! Ja, machen wir das hat noch einen übrig. Das ist gut ihr wisst hier, denke ich mal! Der eine geht jetzt weg. Ja, ist so. Ich habe den Hut freigeschaltet! Ich habe den Hut freigeschaltet! Haha! Wir schalten wir einen grünen Schnabel unter uns! Held! Wir kannst am Reiter. Held! Zwischen die Charakteren. Wechseln! Der ist durch nach links! Drücke anwenden! Schimmern freigeschaltet! Ja! Boah! Meint ihr? Gerechtigkeit freigeschaltet! Kann man später noch andere Tiere spielen? Ich würde ja existieren. Ich würde das nicht wundern. Dass nachher noch ein Areal dazukommt. So unten oder so. Und dann noch mehr... RANDOM werden oder so. Dann lass! Hab den Hund! Aber es geht doch scheiße, dass man den Hund so spät ihr das kriegt, weil die Katze hast du halt schon geskehlt. Ja, aber das ist ja der Plan, damit du das Spiel weiterspielst. Ja! Klar! Aber du kannst ja beide spielen! Aber technisch kannst du ja beide spielen! Ja, aber... Ja, du kannst doch theoretisch beide spielen! Aber was bringt dir da hoch? Ja! Held ist abhängig! Also es gibt einen Heldenslot, der ist abhängig, aber alle anderen Slots, die sind gleich. Okay, nice! Dann hab ich nichts gesagt! Dann ist das scheiße! Dann ist das scheiße! Dann ist das scheiße! Dann ist das scheiße! Aber der Held solltest halt! Das dauert eh ewig keinen damit, von daher ist das Digger! So! Mega nice! Dann wechseln wir mal auf der Zwischending! Mach einmal Lamp an! Schöne ich's mir! Geil! So! Ist das geiler, wenn man... Wenn ich hier die Lampe an mache, hab ich einfach gar kein Turm mehr auf den... Das ist mega! Deswegen immer alles gut für... So! Auf jeden Fall! Geil! So! Das war Gunfire Reborn! Gönnt euch auf jeden Fall das Spiel! 10 Euro kann man auf jeden Fall machen! Ich glaub, weiß gar nicht, bei Instagaming wird's wahrscheinlich nicht viel billiger sein! Wenn überhaupt! So! Spiel schon was! Aber... Aber mega! Schauen wir doch einfach mal rein! He he! He he! Schauen wir mal rein! Gunfire Reborn! Nicht angegeben! Also noch nicht vorhanden! Ja! Weil 10 Euro hat sich für Instagaming wohl nicht gelohnt! Na egal! Ja! Ich sag' aber mal, so ist hier fies! Im Zwischen ist auch nicht dangegegeben! Also von dem her, das kann noch kommen! Kann aber sein, dass hier noch keine Keys dafür haben! Sze 봐! Ist Makeable! Einmal kurz! Just Chatting and on! Chating! . Chatting! Chatting! Jjjjí ii! Kirsi-King-King! 많ka, santom! charpa, auch kul damals! Cho injan! So, nächstes Spiel. Kannst du schon da nicht. Oder? Ich bin für das ist gut. Das ist gut. Du bist das schön. Du kannst ja dein Spiel spielen, Sir. Mein Spiel. Beste Horrorspiel, was es gibt. Beste Horrorspiel auf dieser Erde. Natürlich ist das das beste Horrorspiel. Immerhin muss man gegen dich kämpfen. Boah, Janik. Ach komm. Jetzt hat er auch ein Zweiriger. Er muss aber auch Rear sein, weil Sven wird immer sehr schnell abgehoben. Und deswegen muss man ihn immer auf den Ball halten. Hä, wo bin ich denn schon wieder schnell abgehoben? Tja, du bist gerade eben ja nicht, weil ich sorge ja dafür, dass du unten bleibst. Aber eine traurige Nachricht habe ich leider heute. Geh ich rein? Okay. Heute nicht ungefähr vor vielleicht eine, vielleicht zwei Stunden ist mein Hase verstorben. Oh nein. Reip. Reip HDFN. Ein mächtiger Krieger. Ne Confereiche der Hasen. Hat ein schönes Leben damit. Ja. Jetzt kann er ein Schmetterling sein. der kann sein, was er will. Der kann auch ein Playboy sein. andere sein möchte so ja nicht noch ich hab wohl besser ist der menschen von noch die man ist und er ist aber neun ober eingestellt du bist jetzt das wird mega schwer ich sehe es die frage ist wie machst du das am besten wir machen wird das das war der stream weil wir das verstecken wollen natürlich optimal haben guter 60 fps auflösung bei hand ist das schon wichtig gegen leute vielen dank fürs einschalten und die tage auf jeden fall wieder für twitch echsen wenn man macht sehr gute schwenden dann auf youtube wahrscheinlich auf youtube oder facebook-gaming aber das sind auch unsicher oder auch knudels als die q ist voll inaktuell sven macht ein paar chatroulette man kann der ganze zeit penisse zahlen auf jeden fall ein schönen rest